Wir freuen uns jetzt schon auf den internationalen Korbettbewerb im Landkreis Milkenberg. Er findet zum zehnten Mal statt und er ist ein wunderbares Erlebnis, ein kulturelles Highlight bei uns im Landkreis Milkenberg und kulturell ist unser Landkreis immer einen Besuch wert und der Korbettbewerb ist eigentlich einer der großen Höhepunkte im Landkreis Milkenberg. Also diese Begeisterung, dass Menschen zusammengeführt werden, über Sprachen hinweg, über Länder hinweg, über politische Grenzen hinweg und Systeme hinweg, dass die Herzen sich finden, das ist eigentlich was den tiefen Wert unseres Festivals ausmacht. Herzlich Willkommen zum internationalen Korbettbewerb im Landkreis Milkenberg. Wir wünschen Ihnen viel Spaß!